Hallo ihr Lieben, ich bin's Tobi und das hier ist gar keine Einschlafen-Podcast-Episode, sondern nur ein kurzer Hinweis und ja, das ist halt der Weg, über den ich euch am besten erreichen kann. Am Dienstag sind wieder zwei Wochen rum und eigentlich erscheint eine neue Episode Einschlafen-Podcast. Diesen Dienstag allerdings nicht, am 12. Oktober 2021. Schaffe ich einfach gerade nicht. Stattdessen erscheint die nächste Einschlafen-Podcast-Episode am Montag, dem 18. Oktober 2021 und das ist ja gleichzeitig auch der elfte Geburtstag vom Einschlafen-Podcast. Genau, ich habe ja am 17. und der Einschlafen-Podcast am 18. Dann passt das doch ganz gut. Bis dahin wünsche ich euch ganz gute Nächte. Ich hoffe, ihr könnt ganz gut schlafen mit älteren Episoden oder ihr hört euch mal ein lustiges Hörbuch an. Mir ist es in letzter Zeit sehr gut gelungen, einzuschlafen mit der Raumzeit. Das habe ich vor zehn Jahren schon mal empfohlen. Und jetzt gab es da eine neue Episode zum Thema, was heißt neu, wahrscheinlich ist sie schon wieder ein Jahr alt, aber mein Podcatcher ist so voll mit Sachen zum Thema Elektroschrott. Nee, Quatsch, Elektroschrott, Weltraumschrott, also alte Satelliten und Satellitenteile und Raketenstufen und so, die im Weltall rumfliegen. Hört euch das an, schlaft dazu ein, das ist auch ganz wunderbar. Ich habe euch alle lieb, das auf jeden Fall und nächsten Montag kommt dann die neue Episode. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.